Reinhold und Reinhold sind unsere beiden Fernsehtürme, das kann man ja ganz klar erkennen. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo kommen zwei Fernsehtürme her? Aber die zwei Fernsehtürme ist auch klar, im Zeitalter von Gender haben wir einen Mann, den Reinhold, und eine Frau, die Reinholde. Und die Reinholde und der Reinhold, die können von oben eben auf Düsseldorf runtergucken und können sich den ganzen Tag Geschichten von Düsseldorf erzählen. Und unser Gedanke war, warum gibt es nicht eigentlich auch Geschichten zum Thema Mein Körper? Und wenn man Mein Körper meint, dann meint man natürlich auch meine Gesundheit. Und ich freue mich total, dass die Werkstatt für angepasste Arbeit, Reinhold und Reinholde, ein Büchlein gewidmet hat, das sich genau mit dieser Frage befasst. Wie funktioniert mein menschlicher Körper? Wie funktioniert das? Was ist daran gesund? Und ganz viele Geschichten erzählt, von oben auf Düsseldorf runterguckend. Wie ist das mit den Adern? Wie ist das mit der U-Bahn? Was ist eigentlich mit den roten Autos, mit dem Blaulicht obendrauf? Also ganz spannende Geschichten werden da erzählt und immer wieder der Bogen geschaffen zu dem, wie ist das eigentlich bei uns im Körper?